Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs passieren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Passiert, passierte, ist passiert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich passiere, du passierst, er passiert, wir passieren, ihr passiert, sie passieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich passierte, du passiertest, er passierte, wir passierten, ihr passiertet, sie passierten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin passiert. Du bist passiert. Er ist passiert. Wir sind passiert. Ihr seid passiert. Sie sind passiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich passiere. Du passierest. Er passiere. Er passiere. Wir passieren. Ihr passiert. Sie passieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich passierte. Du passiertest. Er passierte. Wir passierten. Ihr passiertet. Sie passierten. Den Schluss macht der Imperativ. Passiere, du. Passieren, wir. Passiert, ihr. Passieren, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb passieren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.